Für das erste Aufsetzen der Maske stellen Sie die Kopfbänder mit Hilfe der Klettverschlüsse möglichst weit ein. Drücken Sie die Seiten der Stirnstütze zusammen, während Sie den Halterarm des Stirnpolsters in die höchste Position bringen. Für ein einfacheres Aufsetzen der Maske trennen Sie einen der beiden Kopfbandclips vom Gelenksockel des Maskenkörpers. Um die Maske aufzusetzen, halten Sie das Maskenkissen vorsichtig auf Ihrer Nase und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf. Bringen Sie den zuvor abgenommenen Clip wieder an. Nehmen Sie dafür Ihren Zeigefinger zur Hilfe, um die Position des Gelenksockels zu finden und drücken Sie den Clip hinein. Sie können nun erste Anpassungen vornehmen. Dies sollten Sie im Sitzen tun. Passen Sie die beiden oberen Bänder mit Hilfe der Klettverschlüsse an. Gehen Sie sicher, dass Sie auf beiden Seiten gleichmäßig gestrafft sind und das Stirnpolster die Stirn nur leicht berührt. Passen Sie nun die unteren Bänder an. Achten Sie darauf, dass auch Sie auf beiden Seiten gleichmäßig gestrafft sind und die Maske leicht am Gesicht anliegt. Ziehen Sie das Kopfband nicht zu fest. Gehen Sie sicher, dass die Bänder parallel liegen und das Kopfband vollkommen ausgebreitet und flach am Hinterkopf anliegt. Wir empfehlen Ihnen, die letzten Anpassungen im Liegen vorzunehmen. Verbinden Sie den Schlauch mit dem Gerät und am drehbaren Anschlussstück der Maske. Schalten Sie den Luftstrom mit den für Sie vorkonfigurierten Druckeinstellungen ein. Atmen Sie normal durch die Nase bei leicht geöffnetem Mund. Drehen Sie den Kopf hin und her und prüfen Sie, ob es undichte Stellen gibt, die Ihren Schlaf beeinträchtigen könnten. Wenn das Stirnpolster nicht leicht an der Stirn anliegt, sollten Sie die oberen Bänder etwas fester ziehen. Bei Bedarf sollten Sie auch die unteren Bänder anpassen, sodass die Maske sich auf angenehme Weise an das Gesicht anschmiegt. Achten Sie auch hier darauf, das Kopfband nicht zu fest zu ziehen.